Der Ruhige 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 Brollo, wer sich da gerade vor mir abgetroffen ist? Ich mache ja die Füro Alle noch mal Kühler checken. Fiktor, Fiktor, Fiktor. Alle da eigentlich schlägen. Ich hole noch zwei, ich hole noch zwei. Na, da ist es gut. Noch eine gelbe Magierung, was ist denn los mit dir? Oh Gott, wie muss ich abschießen? Gibt's keine Runden-Zerstörer-Markierung? Das ist wohl kein Klimus von uns, die dritte Jagdgeschwadung. Ich denke, was ich jetzt auch habe, aber es gibt einen Runden. Mir steht noch einer mit Roternabe, ja. Ja, aber ich habe keine Zerstörer-Markierung, sondern Jagdgeschwadung. Ja, das fach ich aber glaube ich auch, ja. Das wird mir mehr zu lange für den Garten. Schnell umdrehen, kann er weinen. Alle bereit? E-U-Kar. Götze setzen. Gas hoch. Weiter, Sarakete. Sarakete links. 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 Ganz vorsichtig, wo ist das? Ja, du schaust, klar. Wie kannst du da die Haft? Ich bin da. Ich verhält es um 2% zu zugreifen. Ja. Du bist nur 1, 2. Und jetzt geht auch um 2 Tage. Ja, wunderbar. Da hänge ich auf den Planen. Der ist selber heute, Leute. Ab dem 3, 3, 3. Die Männern. Ja. Ja, das ist ja. Ja. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht, ich hab's noch nicht. Ich hab's noch erwähnt, aber ich hab's noch nicht. Gar nicht. Jetzt war's zu 7. Ja, einfach kärfer. Kannst du das sehen? Ich hab's ja den Server auf. Moment, wo der die Brille an die Frage gestellt hat. Aber ja. Man kann ich natürlich eher an der Aufmerksamkeit sein. Ja, ich hab's dann zum Beispiel. Schönst du können. Ja. 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 Ja, fine. Ach, 15 will ich mal? Ja. 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 Iniger hätte es gebraucht, dann können wir halt das Nachrichtenleute. So muss ich alles beim Feinternale landen. Bist du gut? Da hab ich mir vorgedacht, dass ich dann in den Flachen... Oh gut. Ja, ja. Flachenwein. Da sitzt du doch gut, gell? Wenn die Höhe muss ich schon, oder? Ja, ja. Ja, wo ihr Flachen steht, das sind die Weltkriege. So, da ist der Kett. Das geht nicht mehr für uns hin. Na, das geht nicht mehr für uns hin. Das sind die Weltkriege. Oh, jetzt ist die Guide. Na, 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 na. Und die Fikaste nicht mehr so gut. Ich hab halt viel gebraucht. Ich hab heute wieder, der Kett, ja. Ich hab heute wieder, aber ich hab heute wieder das Konzept nicht mehr. Das geht nicht mehr so schnell. Oh, ich kann mich nicht mehr sehen, dass ich mich nicht mehr so fühle. Wow. Das ist ein paar Wiener. Ich bin so ein paar Wiener. Ja, aber ich bin so ein paar Wiener. Ich bin so ein paar Wiener. Ja! Ich bin so ein paar Wiener. Hoffentlich ist es ein paar Wiener. Ich bin so ein paar Wiener. Ich bin so ein paar Wiener. Also, ich bin so ein paar Wiener. Ich bin so ein paar Wiener. Ja, ich bin so ein paar Wiener. Ja, ich bin so ein paar Wiener. Wenn ich es jetzt schon mal gesagt habe, ist es doch kein Wiener. Ist doch metersseil oder nicht? Aber nicht, wer es so recht macht. Ich bin mir einfach nicht mehr. Ja, das ist sowas richtig. Der Name ist Rea. Rea ist in der Sieg-Vokation. Er versteht nämlich keinen Punkt. Dann war da die Füße. Ja, sie ist auf der Strecke. Es ist zwar kein Wasser mehr, sondern die Landschaft, wenn sie da haben. Ja, genau. Der Tummel liegt am Boden, oder? Ja. Machst du noch einen Punkt, und was sind hier verwandelt alle? Hä? Ja. Wir haben jetzt einen A-Sprung, aber das sind aber viele Doppeln, viele Mütter. Ja, ja. Wir fährten, sind die Micro-Cars, die dann hochgeschossen sind. Das wäre hochkühlen, oder? Du wirst gleich von Balthasar abgeschossen. Das wäre ja... Das ist das Strike Nummer 2, Kollege. Das ist das Strike Nummer 2. Ähm... Nee, das waren zwei Astros. Einmal ein Haar-Aspot, meiner, der eckige, und der Rundkommel lutscht. Das ist die Luft. Ja, mit dem MW-JG-4. Ja, mitgeleckt, oder? Der fährt nicht vor wie eben. Der ist die. Der hatte da, wie vor hatte der, was hat denn der da vor gehabt? Ähm, aber auch kein Gefolgspark. Boah, das ist echt geil hier. Und wenn du die Promotion wendest hier, könnte man hier auch komplette Durchführung gehen, und das ist alles bei, ja, fünf Metern über die Waldspitze. Und jetzt ist es auch ziemlich noch Weih... mit einer Offenza? Ja. 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 Die Scrape-Chasm ist es kein... Weitere ich nochmal. Ja, das ist auch kein Schrauber. Ja, das ist ein Schrauber. Ja... Cool. Jo, Jo, okay. Jetzt lag er drüben auf die Karte. Das ist so gut. Ja, eben. Das ist doch gar nicht klar. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Kannst du nirgends nach vorne fahren? Das ist ein Hügel mit den Bäumen da drauf. Das war auch knapp drüber. Das ist so gut. Die Schiffe sind jetzt kippen westlich. Ja, eigentlich. Ja, ja. Ja, ja. Wie war es gestern? Ja. Das hört sich auf dem Wasserraum. Das hat er wirklich da. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist halt auch der Robb, oder was das ist. Das hört bis jetzt. Das ist so gut. Das ist jetzt in der Bande. Das ist hier. Das ist hier. Ich habe einen kompakt auf der Spyper, äh, zwei, 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 zwei. Ich habe einen Kurs gerade im Blick. Ich habe einen Kurs gerade im Blick. Ich hoffe, man hat auch keinen Platz, dass wir weiter da haben. Aber die haben so nicht an ihre Truppen gekostet. Naja, die haben doch in dem Wagen geschrieben. Alles geplant, ja. Alles voll ab. Ich sehe auf der Halle. Ich habe einen Kurs gerade im Blick. Das ist ein neuer Eile 380, das kann ich noch mal sehen. Ah, ne, geile, geiler Luft. Wir haben hier noch ein reines Dorf. Wir sehen, dass wir die Ware gespükelt haben. Wir können jetzt in der Mitte grüßen. Wunderbar. 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 Der ist sehr ausübt. Das ist das Faisern und Farbe. Das ist das Faisern und Farbe. Das ist das Faisern. Das ist das Faisern. Das ist das Faisern. Das wollte die 8 Nacht mehr drauf gehen, dann wäre das Faisern. Dann würde es noch ein Stück gehen und keine Garten. Das war sehr voll. Das ist das Feuer aufdecken. Das war wirklich den ganzen Abend. Das war auch ein bisschen Spaß. Hat er bei der Faisern. Ja, hat er gut gemacht. Das ist sogar mittelgroß. Ja, das ist relativ groß. Ja, das ist so. Ich hoffe, dass er vielleicht weiter auf sich ist. Das ist so. 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 Oh, was? Oh, was? Das ist der Garten. Oh, was? Wo kommst denn du denn gerade? In meine Position. Ich kann mich nicht in deinem Grund. Ich bin nicht in deinem Grund. Ja, aber jetzt ist es auch so eine Abschreifen. Weil du ab und zu rechts da rausgehst. Du warst doch rechts. Aber er setzt sich zurück davor. Dann hat der Garten sich für einen Ausdrehen. Ich bin jetzt gerade in der Garten gekommen. Ich bin auf Badalisa geblieben. Super, so auf der Rollen. Das ist der VW von Karaja. Den Garten hat es gerade. Also Jangs, lass mal noch ein bisschen steigen, solange ich ihn durch den Garten zog. Ich glaube ich meine, bald hat das halt nach 6. Dann bin ich weg. Oh, der Berg ist wirklich arassiert. Der ist wohl. Ist das der hier links? Der ist wirklich arassiert. Ah, sehr schön. Ich seh da hinten, ich muss da fast sagen. Dann war das Arassi, wer soll das? 8, 9 Uhr? Arassi ist doch viel weiter im Süden, oder? Nein, nein. Aber nicht auf der 8, 9 Uhr. Aber nicht auf der 8, 9 Uhr. Werther Heinrich? Werther Heinrich? Ach, Werther Heinrich? 20, alles klar. Das heißt, drinnen sind wir nur... Ach, was? Hä? Ja, aber das ist egal. Oder was? Genau, genau. Den meinte ich auch. Ach, warst du die ganze Zeit auf der Lisa? Nein. Weil wir sind ja jetzt frisch, seit wann sind wir der 5? Wie hat die Zeit schon? 60. Du warst auf der Lisa. Ja, aber wer ist denn jetzt der 5? Ne, warst du immer 5? Karaj, Torwart, Franz. Ach, Torwart, ja auch. Oh mein, Torwart, hab ich gar nichts gesagt. Ja, ich bin nur Bordschütze. Ja. Torwart ist gerade etwas ständig. Ja, ich bin gerade nicht ganz gut. Was ist das gerade? Okay, du warst ganz heiß, denkst ja, okay. Ich hab's gar nichts gesehen gehabt. Nein. Ach, du bist dann die Gatestacks, die meinten du, okay. Die Runde 6, das erzähl ich. Der hätte mich jedenfalls weggerafft. Der hat die 4, aber Torwart, ja klar. Alter, das ist ja... Kann ich das sagen? Ja, ganz sicher. Hast du es auf die Tickerei oder was? Äh, ab. Ich glaub nicht. Nein, nein, ich war ja nicht mitgerafft. Ich war ja nur als Torwart. Aber ja, kann ich nicht alle zurück. Vorweiter waren. Das ist ja dann cool, Leute. Gelb und Schwarz und Schlafen. Und wer weiß. Das sind nix auch gelb, ne? Die Welt ist so kraft. Das ist so kraft. Eigentlich ist das schon fast Strike 3, ne? Was passiert dann? Was ist dann? Dann Rastron-Home-Run oder Rastron-Home-Run? Äh, Rastron-Home-Run, Alter. Einen gegen vier, plus zwei Kanonen. Manchmal viel schwer legt. Ich kann's noch nicht mehr. Dann häng ich mich jetzt doch nochmal ganz... Ja, du hörst du so. Ich mach dir auch ein bisschen platzenfrei. Ja, wirklich toll, ich hab vorhin gesagt, ich kann nicht mehr ein bisschen entdecken, ich kann nicht nach oben schauen, ich weiß nicht, ich auch. Wir haben gerade noch ein bisschen, aber wir müssen gehen, gell? Das ist schlecht, wenn man noch ein bisschen dichter zieht. Ja. Aber wir sind ein bisschen hoch, oder? Ja, ja, ja. Einmal drüber, oder? Das soll die Buchanlagen sein, gell? Nein, wir haben einen Kalonanlagen zu spüren. Ja. Ja, wir sind mit dir zu kurz drin. Alles unsere letzte Sekunden Schiff und wir sind hier. Ja. Mal Schlag aufmachen, aber ja, Gleit hängt jetzt mit uns, gell? Oh, ne Brücke hier, geil. Oh, was ist ne geile? Zwei? Nein, das war so groß. Neu. Die Flak ist auch super gewesen. Ja, aber es geht, glaub ich, noch bald eine Lektion, oder jetzt? Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja bloß, je nachdem. Ich glaube, das ist das, was sie haben. Ich denk's, ja. Da wären wir wirklich ein bisschen klar, was heißt es? Ja. Ja, die Flak ist auch schön. Ja. Wir drehen mal doch. Ich hoffe mal. Oh, jetzt hört man's ab einzeln, aber... Ich sehe da nicht auf das Ziel. Das wäre das Ziel, der nehme ich an, also... Ich bin mal reingetiert. Ich bin mal reingetiert. Ja, ich glaub das genau die Schuppe. Ich hab doch, ich hab' ja schon jede Clüste hören. Ja, ja. Ich hab' ja schon jede Clüste hören. Ich hab' ja nicht hier geschaut. Jetzt machen wir wieder eine Wechsel, um das Anspruchsfolgen zu machen. Unsinnige Häuser und die Schuss, die sind mit Flanken. Nehmt der Kaisern dabei an, aber ich denke. Einige Flanken. Okay. Ah, wundergerecht. Der kommt auf Deck. Ne, der ist mit dem FAU-Zeichen auch. Wir werden vielleicht aus dem Korb oder so ein bisschen. Ich bin jetzt mit dem FAU-Zeichen. Ich bin jetzt mit dem FAU-Zeichen. Der Hochaufalli, 20 bis 30 Schiff. Ah, Spitfire. Dora, ne, er ist da an dem Schiff. Das liegt mit dem FAU-Zeichen. Ja, ja, näher. Bei dem Diebünen. Also, ja, kommt jetzt auf alle die Bühne, also zurückbleiben, auch ein bisschen, aber... Ja, ich habe jetzt noch keinen Weg, da hat er jetzt schon wieder Aufwechslung, also... Ja, ich weiß nicht, das ist die Krachtnachtig. Ja, das ist relativ gut. Maja! Zehn Jungs. Zehn, so dass ihr, ja, ich denke, das ist der Tag. Und die Absehens? Ich glaube, immer schon gehört. Ja, ich habe hier drückt, aber jeder geht es nicht mehr. Das war schön. Spass. Jetzt, ich hab das auch schon gefehlt, aber sehr schöne Bilder, wenn dann aufgeben bleibt, wenn es fehlt, wenn es fehlt, wenn wir in der Formation. Vorhalt, ne? Ah ja, okay, ja, ich hoffe, alles klar. So, ich weiß nicht, die sind ja jetzt alle in Erdung. Nee, aber die sind ja auch in einer Reihe Richtung Küste, das ist ja cool. Ja, aber die sind ja, die sind ja auch in der Reihe, aber ja, die sind ja auch in der Reihe, die sind ja auch in der Reihe, die sind ja auch in der Reihe. Na, wollen wir nicht mal aufgeben, oder? Ja, würde ich sagen, von links und links und links. Darf ich das erst gesagt, von links und links? Ja, von links und links und links. Ich will mich, dass wenn die einfach nur aus dem Rollstück stecken, muss ich da schwer zu stellen. Schwarm Leute,cida. Du bist ein Flicks. Danke, danke, schöne Augen. Ich nehm sonst mal fürs ersten. Ja, ich wollte das noch nicht mehr ausziehen. Musik Habe ich nicht, wo soll ich hier machen So, schießt in einen Winkel hier Ich schmeiß es ab, Wolken wird sich wieder ausgehen Oh, ich bin jetzt gleich ein bisschen dichter oder so Fuck, Ne, der Winkel könnte abfallen solle ich, soll ich nicht Ne, ich mach da auch nichts mit stresskans Man shall be 50 Ok, dann wem ich noch пут Wheels Ok starts Ich hab dich grad weg if I am Abbetrungen sehen Im Anschluss Es geht Ja, ich geh mal noch ein bisschen an, wenn du nicht gehst. Wie ist es weiter jetzt? Ja, mach ich jedenfalls. Das ist besser, weil es besser ist. Wenn die beiden direkt bis dahin rausklappen. 2.2. Lass mich, der fliegt. Der fliegt, der fliegt. Nimmst du das denn bitte? Ja. Bis ganz, danke. Genau, 3. Alter aus. Da bleibt einfach dran. Ich geh auf das dahinter. Unter dem Keiner. Also, was war das hier? Welche noch? Ja, also bei mir ist es 2 von 2. Alle nördlichen sind weg. Kommen wir raus? Jawohl, bei der Fliege. Da ist ein Scheißgeschütz auf der Plattform von dem Schiffe. Ja. Treff mal weiter. Da sieht man jetzt den Patch. Kann man das eigentlich mit den 20ern machen? 6 von 6, 7 von 7. Gehst du auf das andere? Gehst du auf das westliche Waltherdach? Ich hab keine Bombe mehr. Achso, das ist der Nährweg, da gehe ich noch. Achso, ne dahinten. Nicht auf das westliche an der Küste. Aber wenn ihr da oben die Eilbex-Mais geboren habt. Ja, klar. Ihr seid alle, der hat jetzt noch Bock. Ich weiß, eine noch. Ich geh auf ganz, ganz. Wollen wir dann östlich rausfliegen Waltherdach? Nordröstlich bitte, nordröstlich. Kurs 0, 6, 0 können wir machen. Also, wir sind gleich drin. Ich? Ja, ich weiß nicht. Aber kommt der sofort hoch? Ja, ich fliege zu mir. Ja, ist nicht gut. Da kommt der SPG aber freilich aus der 12 Uhr weiter entfernen. Ja, ich fliege zu mir. Oh, ja, da sind einige. Oh, da sind zwei Kontakte rein. Ja, vielleicht könnt ihr Höhe machen, bitte. Könnt ihr Höhe machen, bitte? Ja. Ich bin wirklich kein Gemeldet zum Oberhalt. Okay, wir machen Höhe, komm zu dir. Also, ich fliege zu mir an. 9 Uhr, ich bin ein Schiff. Ach, kein Schiff. Ach, kein Schiff. Na, komm. Ich komm jetzt an. Ja, ich komm jetzt an. Dann an 9 Uhr. Ja, ich stehe jetzt an. Ja, der ist gleicher Schiff zu sein. Ja. Ich komm jetzt an. Ich komm jetzt an den 9 Uhr. Ja, sag jetzt an. Ja, ich hab mal mit Wasser gut aus. Ich komm jetzt in Barsan, glaub ich oder? Ich komme vom 4. Ja, sag ich mal Wasser Kühler 2, also B, Kratmeter. Kran, Treppe Treffer Treffer Heck noch heck Ich komm wieder rein Das heißt Kran noch Treffer Treffer Jetzt bricht er weg Ich komm jetzt auch noch ran Die Rappen auch fast gegenseitig ab Also jetzt nur ein Ausflug aus Wir haben keinen Moment Seit vier Da Da Das ist Da Guck mal der Guck mal der Die Guck mal Der Guck mal Der 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 Bei mir auch müssen wir noch bei den Kontrollen gehen, aber bei den anderen, das ist mein Jörg Selbeck, wenn die hinten dran ist. Ja, der wird entfernt. Jetzt muss ich sagen, wie wir dran sind. Ja, ich war hier, ich bin wieder einfach bei Kaffee geschossen. Ja, das ist meine, das ist ganz schön. Danke, hier ist mein Kaffee, aber ich bin dran, 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 ich bin dran. Ah, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ja, komm, jetzt paar UF-Kill. Ich bin dran,uela. Jetzt sind die UF-Kill. Eigentlich ist der Anregel da幅. Es ist, wirdiziودig.. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.